Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von WOTR. Heute sind wir mit mir unterwegs auf meinem Grumbel. Das ganze auf der Karte Flugplatz. Und vom Team her sind wir eigentlich relativ ausgeglichen. Mit dem Gegner-Team sind wir zwei Gelbe. Ich bin der einzigste Gelbe bei uns im Team. Aber egal. Ich entscheide mich auf alle Fälle hier Richtung, wo der erstmal zum Ball kommt zu vorn. Und von dort aus halt erstmal zu schauen. Einfach Maus zur Fahrt. Eine mitgegeben. Ha! Der ging voll durch Ihre Panns! BIRST BLOCK! 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 erstmal ruhig bleiben, wir sind gut aufgestellt über die ganze Karte der KV-1S steht natürlich auch gut die Karte So, jetzt einfach einen neuen Ansatz suchen, wo du wieder ansetzen kannst, auf die Heavies zu gehen, nicht einfach dort stehen bleiben. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Wirkungstreffer! Wirkungstreffer! Ha! Der ging voll durch ihre Panzer um! Wirkungstreffer! Der ging voll durch ihre Panzer um! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Don't kill! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Der wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Wirkungstreffer! Sehr schön! Wirkungstreffer! Sehr davon! Der ging voll durch ihre Panzer um! Ich seh sie nicht mehr! Die haben uns eine Kette abgeschossen! Wir stecken fest! Und jetzt einfach wieder einen neuen Ansatz suchen, womit sie gar nicht rechnen. Ich war halt jetzt ganz rechts beim dicken Max mit, also versuche ich jetzt ganz links sozusagen durchzugehen. Nach Jersey muss ich Mut den Enkel machen. W pół, draußen aber auch einen Plan. Wenn ich... ... nötig noch ein W tratauch! Na, irgendwas bis zu NDR. Wir tun das nicht zu zweit und dringend, oder was? Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt suche ich halt erstmal die RTs Und du kannst halt das Feld von hinten aufräumen Also, ganz gut Okay, M10 ist jetzt schon bei unseren RTs Das hat einen selben Einfall Ja, wo sind denn die gottverdammten RTs Ah, da ist der erste Da komme ich leider nicht drauf Aber unsere RT hat den M10 geklärt Unsere LEV-RT hier Schön gemacht Feuererlaubnis erteilt Ja, da ist der erste Ja, da ist der erste Ja, da ist der erste Dann rammen wir sie halt tot So, jetzt sind wir ja nur einmal schon ringsrum gefahren Da kann sie ja eigentlich bloß in der Mitte Da müssen wir oben, die wohl noch stehen Ja, da ist der erste Ja, da ist der erste Ah, die wartet schon auf mich Okay, okay, okay Okay, okay, okay Okay, okay Okay, okay Und somit haben wir noch unseren sechsten Kill geholt Und das Ding noch rumgerissen Schöner Sieg war das So, dann kommen wir noch mal zu die Gefechtsergebnisse Das war für mich auf meinem Krummel auf dem Flugplatz Panzerass, Schläger, Duellant, Wirkungsfeuer Dumitru-Medaille, Großkaliber und die Kriegermedaille 2646 Schaden gemacht, 6 Kills Schöne Runde muss ich sagen war das Und 28.000 Minus, weil ich etwas APCR geschossen habe Und eine außergewöhnlich lange Runde 13 Minuten 57 Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen Und dann bis zum nächsten Mal